Wo ist eigentlich der Schmocki-Mat, mein Snack-Automat? Ich zeige euch jetzt, wo der steht und ich zeige euch jetzt, wie viel Umsatz er in drei Monaten gemacht hat. Circa drei Monate. Der Automat steht hier neben dem Laufsteg hier in Göttingen. Dort ist der Automat. Das ist in der Groner Straße. Und jetzt fängt es irgendwie an zu gewittern. Wir haben heute hier auf YouTube 200.000 Abonnenten erreicht. Wenn ihr gerade dieses Video seht und sonst noch nicht rein abonniert habt, abonniert jetzt den Kanal. Vielleicht schaffen wir noch die 300.000. Ich küss eure Herzen. Aber jetzt zeige ich euch, wie viel Umsatz der Automat in ca. drei Monaten gemacht hat. Moment. Wir haben insgesamt 12.553 Teile verkauft. Und das ist ein Umsatz von... Leute, das ist Umsatz. Kein Gewinn. Von 59.316 Euro. Und natürlich ist das trotzdem überdimensional viel, dass der hier so gut läuft, dass es geistesgestört. Danke dafür. Und das gibt es momentan alles. Taki Nachos, Taki Normal, Hot Chip, Takis Blue Heat, Chocobo's Crispy Prime und auch die ganzen Mountain Dews und so weiter. Und dann schaffen wir vielleicht irgendwann davon, den nächsten zu bekommen.